Radio 1 Medienmagazin und wie Sie gehört haben, sind wir auch in der ARD-Mediathek, aber wir sind ja schon seit 1999 abrufbereit im Netz, zuerst beim ORB und jetzt beim RBB. Ich hatte es angekündigt, bei mir zu Gast heute in der Sendung Steffen Grimberg, er ist Taz-Journalist, speziell für Medien und auch im weiteren Sinne ja auch für Wirtschaft und Medienwirtschaft. Steffen, die ARD-Mediathek ist ein bisschen unspektakulär ans Netz gegangen, das war ein sogenannter Softstart, wie mir gesagt wurde, das heißt also am letzten Samstag so ganz still und heimlich hat man dieses System hochgefahren, weil es hochkomplex ist und man wollte sich da keine Panne erlauben und jetzt ist es sozusagen in der ersten Woche in Betrieb. Wie haben Sie damit navigieren können? Na sagen wir mal mittelprächtig. Die Sachen sind tatsächlich glaube ich noch alle sehr verbesserungswürdig, also gerade die Suchfunktionen, da muss man sich reinfuchsen, das was im vorigen Beitrag Heidi Schmidt gesagt hat, die Schnipsel, über die sich verschiedene Nutzer wundern, das sind eben diese kleinen Sendungsbeiträge, das ist eben auch erstmal ungewohnt, weil ja über die Mediathek von Seiten der Sender immer gesagt wurde, hier könnt ihr quasi die ganzen Sendungen nochmal abrufen und dann ist man natürlich irritiert, wenn man zunächst mal einzelne Sendungsbeiträge bekommt und es ist in der Tat auch, wenn man mal die Homepage aufruft, man wird mit derartig vielen Möglichkeiten zugeballert, aus den verschiedensten ARD-Sendern, verschiedensten Radiowellen, Fernsehangeboten, dass es doch noch etwas unübersichtlich ist. Da würde ich mir also tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Stringenz und ein bisschen besseres Sortieren wünschen. Ich weiß, dass Sie gesucht haben nach einem ganz speziellen Beitrag, den Sie verpasst haben bei Panorama, der auch in dieser Woche ein kleiner Medienaufreger war. Der VDZ hat sich beschwert, also der Verband der deutschen Zeitschriftenverleger und meinten da auch wieder eine tendenziöse Berichterstattung in puncto ARD, ZDF und Verlegerstreit entdeckt zu haben. Das hat erstmal gedauert, ich musste Ihnen das einrichten. Sie haben ihn nun gesehen, wir hören mal ganz kurz in die Anmoderation hinein. Falls Sie die ganze Leidensgeschichte von Michael interessiert und Sie unsere letzte Sendung, in der wir seinen Fall berichtet hatten, vielleicht verpasst haben, man kann ja nicht immer fernsehen, dann gibt es eine praktische Einrichtung, unsere Internetseite panorama.de. Mit unserem Online-Filmarchiv. Aber, und damit kommen wir zum nächsten Thema, beeilen Sie sich lieber, denn wer weiß, wie lange es dieses Archiv noch gibt. Dabei kann man da echte Schätze finden. Panorama ist schließlich das älteste Politmagazin. Wir senden seit 47 Jahren, da ist einiges an Beiträgen zusammengekommen. Zeitdokumente, Klassiker. Und wissen Sie, wer all das bezahlt hat? Sie, mit Ihren Gebührengeldern. Es sind Ihre Beiträge, unsere gesammelten Sendungen, es ist Ihr Online-Filmarchiv. Und das wollen deutsche Zeitungsverleger jetzt am liebsten löschen lassen. Der Plan ist schon recht weit fortgeschritten. Ja, der Plan heißt zwölfter Rundfunkänderung Staatsvertrags. Wir haben es gerade gehört, da gibt es höchstwahrscheinlich eine Sieben-Tages-Regelung, das Beiträge dann im Netz nicht mehr vorgehalten. Also da wird jetzt nicht das gesamte Archiv von Panorama gelöscht, sondern nur im Netz möglicherweise nicht mehr publiziert. Depubliziert, wie wir eben hörten. Steffen Grünberg, ist hier mehr die Angst, die einen treibt und so ein bisschen Alarmstimmung macht? Oder muss man sich tatsächlich sorgen? Ich glaube, man muss sich ein kleines bisschen sorgen. Ansonsten ist das aber in der Tat Alarmstimmung, sportliche Auseinandersetzung, wie immer Sie das nennen wollen. Tatsache ist folgende, dieser fürchterlich benamste Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird eben sagen, es gibt eine Möglichkeit, was in diese Mediatheken einzustellen für Leute, die es verpasst haben. Sieben Tage lang Großbritannien, die BBC ist da wieder das große Vorbild. Dort ist das eben auch mit sieben Tagen. Da hat die EU schon signalisiert, dass sie damit einverstanden ist und die Politik im weitesten Sinne auch. Aber hätte die BBC 14 Tage, dann wären bei uns 14 Tage. Das ist doch eine völlig beliebige Größe, oder? Natürlich, aber man sagt eben eine Woche, gerade bei aktuellen Sendungen, das ist eine gute Halbwertszeit. Außerdem gibt es ja die Möglichkeit, auch Inhalte für längere Nutzung bereitzuhalten. Dann wird es jetzt etwas komplizierter, medienpolitisch, medienrechtlich. Das ist dann nämlich kein Rundfunk mehr, sondern ein Telemedienangebot nennt sich das dann in der digitalen Welt. Und dafür muss es eben nochmal eine neue Genehmigung geben. Man will sagen, Panorama kann sein wunderbares Archiv weiterhin online stellen, wenn sie es sich im Rahmen des auch schon erwähnten Drei-Stufen-Tests, den die Rundfunkräte der ARD selber bestreiten werden mit Wildwirkungen externer Experten und natürlich auch von anderen Marktteilnehmern, also zum Beispiel Privatsendern, aber dennoch eben in ihrer Autonomie entscheiden können. Wenn sie diesen Drei-Stufen-Test bestehen und darlegen können, dass ein Angebot also publizistisch relevant ist, Sinn macht, im öffentlich-rechtlichen Auftrag verankert ist, dann dürfte das gar nicht so schwer werden. Und da mache ich mir um das Panorama-Archiv ehrlich gesagt keine Sorgen. Jetzt gibt es noch ein bisschen eine neue Verwirrung oder ein neues Kraft-Parallelogramm entsteht. Die Produzenten wollen jetzt auch noch mitmischen. Also nicht nur die, die die Rundfunkanstalten repräsentieren oder die Zeitungsverleger, sondern es hat sich eine Produzenten-Allianz gebildet. Was wissen Sie darüber? Naja, das ist ja ein langer und sehr mühsamer Weg hier in Deutschland gewesen, dass die Produzenten vor allen Dingen im Bereich fiktionaler Stoffe sich mal zusammengerauft haben und gesagt haben, wir machen mit den Sendern eigentlich immer so einen Übernahmevertrag, so ganz oder gar nichts. Wir verkaufen also einen Film meinetwegen komplett an den Sender und haben danach überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, was der Sender damit macht. Bei Wiederholungen kriegen wir nochmal ein kleines zusätzliches Entgelt, aber das ist es dann auch. Und die wollen natürlich jetzt mit Blick auf neue Technik, neue technische Möglichkeiten, eigene Verwertungsmöglichkeiten sich überlegen im Internet vor allen Dingen, aber auch sonst in der digitalen Welt und haben jetzt die Befürchtung, dass ihnen dort zu viele Möglichkeiten weiterhin von den Sendern genommen werden, wenn die das in ihre Mediatheken dann zu lange einstellen. Eine Zackfloste früher bei Friedrich Küppersbusch war erstmal bis hierhin vielen Dank. Wir hören uns nochmal wieder. Wir telefonieren gleich mit Thomas Kausch, dem neuen Präsentator von Fakt, dem Politmagazin des Mitteldeutschen Rundfunks im Ersten. Und dann werden wir auch reden zum Beispiel über die Taz, ob die Abonnentenaktion wirklich genutzt hat und Aufruhr beim Tipp ist ein Thema in dieser Woche gewesen.